Wenn wir von Flüchtlingen reden, gerät ziemlich viel durcheinander in den Köpfen. Deshalb müssen wir die Kraft zur Unterscheidung aufbringen. Stammtischparolen haben noch nie geholfen. Warum sind Millionen auf der Flucht? Weil sie Krieg und Hunger und Elend entkommen wollen. Was sonst? Raus aus diesem entsetzlichen Gürtel von Zerstörung und Gewalt, der sich um Europa gelegt hat. Sie wollen ganz einfach ihr Leben retten. Und das ist ihr gutes Menschenrecht. Nicht mehr und nicht weniger. Wer dagegen ist, sollte sich schämen. Wir sind es doch, die die Menschen zur Flucht zwingen. Die Europäer, die Amerikaner und die anderen sogenannten zivilisierten Staaten sind unfähig, den Kriegstreibern dieser Welt endlich das Handwerk zu legen. Unbegreiflich, wie hilflos der Westen dem Gemetzel in Syrien zuschaut. Acht Millionen Syrer sind auf der Flucht. Sie suchen Schutz in Europa. Viele wollen nach Deutschland, ins vermeintliche Paradies. Kann man es ihnen verdenken? Warum sind Menschen auf der Flucht? Und das ist die andere Seite. Weil sie sich ein besseres Leben versprechen, auch wenn sie aus Ländern kommen, in denen sie nicht um Leib und Leben fürchten müssen. Mehr Wohlstand zu wollen, ist verständlich aber kein Asylgrund. Wir müssen von unseren Politikern verlangen, dass sie diesen Unterschied klar aussprechen und keine falschen Erwartungen wecken. Wir müssen erwarten, dass sie sorgfältig unterscheiden zwischen Flüchtlingen, deren Leben bedroht ist und Migration aus wirtschaftlichen Gründen. Ohne diese Unterscheidung und die daraus folgenden Konsequenzen werden wir uns überfordern. Mit noch nicht absehbaren Folgen. Auch das ist eine moralische Frage. Man muss sie konsequent beantworten, zumal wenn man in der Flüchtlingsfrage die moralische Führerschaft übernehmen will.